Heute werfen wir einen Blick auf den neuen Adventure-Stiefel von Revit, den Revit Expedition GTX. Also bleibt dran! Hallo, ich bin Joel von Champion Helmets. Bevor wir mit dem Video starten, möchte ich euch bitten, unseren YouTube-Kanal zu abonnieren, damit ihr immer mit unseren Reviews, Straßentests und Guides auf dem neuesten Stand seid. Vergesst nicht, das Video zu liken, einen Kommentar zu schreiben, wenn ihr Fragen oder Feedback habt. Heute habe ich den Revit Expedition GTX vor mir. Ein echter High-End Adventure-Stiefel. Das erste, was auffällt, ist, dass dieser Stiefel mit hochwertigen Materialien wie Gore-Tex, Superfabric und Nubuk hergestellt wird. Dazu später ein ausführlicherer Bericht. Die Gore-Tex-Formel macht das Produkt absolut wasserdicht. Der Adventure-Stiefel hat eine unverbindliche Preisempfehlung von 599 Euro und liegt damit im oberen Bereich des Marktes. Dieser Stiefel ist für Adventure-Fahrer gedacht, die nur das Beste wollen, was es heute gibt. Gehen wir noch etwas näher auf die Materialien ein. Der Schuh wird aus einer Vielzahl von Materialien hergestellt. Das erste, was auffällt, ist die Verwendung von Gore-Tex. Dies ist eine vollständig wasserdichte Membran, die zudem extrem atmungsaktiv ist. Das bedeutet, dass ihr in der Regenzeit angenehm trockene Füße habt und im Sommer gut belüftet seid. Das Material Gore-Tex wird häufig in wasserdichter Qualitätskleidung verarbeitet. Neben Gore-Tex werden verschiedene Arten von Leder verwendet. So gibt es zum Beispiel Nubuk-Leder auf der Außenseite der Wade und Wildleder auf der Innenseite. Das Velour-Leder hat die Eigenschaften, hitzebeständig weich und abriebfest zu sein. An der Ferse sehen wir zwei Arten von Materialien, nämlich ein Reflektionsteil, das aus 3M-Material besteht und ein Stück Rindsleder, das zusätzliche Verschleißfestigkeit und Bewegungsfreiheit bietet. Beim Fußteil sehen wir auf der Oberseite das qualitativ starke Material Superfabric, ein Stoff, der häufig bei der Herstellung von High-End-Adventure-Stiefeln verwendet wird. Der große Vorteil dieses Materials ist, dass es besonders abrieb- und reißfest ist. Trotz dieser Sicherheitsvorteile ist das Material immer noch leicht und flexibel. Die Schuhspitze ist aus echtem Gummi gefertigt. Billigere Marken arbeiten oft mit Gummi-Imitaten, zum Beispiel aus PVC. Soweit zu den Materialien. Schauen wir uns nun an, welche Art von Schutz dieser Schuh bietet. Das, was zuerst ins Auge fällt, ist der TPU-Schienbeinschutz. Er bietet dort Schutz, wo es nötig ist. Das wichtigste Stück des Schutzes ist rund um den Knöchel. Dieser ist vollständig im Dynamic Support Frame eingekapselt. Das System sorgt für maximale Bewegungsfreiheit des Knöchels und verhindert, dass der Fuß ungewollte Bewegungen macht. Dazu gehören das Umknicken des Knöchels zur Seite oder ein zu starkes Abknicken des Fußes. Wenn wir versuchen, ihn umzuknicken, stellen wir fest, dass er an einem bestimmten Punkt stehen bleibt. Das gilt in beide Richtungen. Auch die Zehen sind im Inneren des Adventure-Stiefels gut geschützt. Das liegt daran, dass in der Zehenkappe das harte Material C-Soft eingearbeitet ist. C-Soft ist bekannt dafür, dass es jeden Aufprall abfedert. Zusammen mit dem Schienbein- und Fersenprotektor und dem DSF-Knöchelsystem bietet der Stiefel vollen Schutz vor ungewollten Bewegungen und Stößen. Damit bietet das Produkt einen absoluten Top-Schutz, wie man ihn eigentlich nur in anderen High-End-Adventure-Stiefeln von zum Beispiel Roka oder Klimm findet. Nachdem wir uns mit dem Schutz und den Materialien beschäftigt haben, kommen wir nun zum Thema Komfort. Das allererste, was auffällt, ist das sogenannte BOA-FIT-System. Ein System, das euch die altmodischen Schnürsenkel vergessen lässt. Mit diesem neuen System hat sich die Benutzerfreundlichkeit erhöht. Ihr müsst nur diesen Knopf anziehen und euer Fuß ist sofort im Schuh geschützt. Wenn ihr den Drehknopf zu euch heranzieht, nehmt ihr die Spannung aus dem Stiefel. So könnt ihr den Schuh leicht dehnen oder in den Schuh einsteigen. Das BOA-FIT-System sieht nicht nur cool aus, es ist auch sehr benutzerfreundlich. Die Sohle dieses Adventure-Stiefels wurde von einem Drittanbieter hergestellt. Dies ist eine Apex-Sole von Vibram. Zunächst einmal ist die Sohle sehr robust. Die Vibram-Sole besteht aus einer EVA-Schicht mit mehreren Dichten. Das bedeutet, dass dieses Material in der Lage ist, verschiedene Arten von Stößen zu absorbieren. Dadurch fühlt sich der Schuh sehr bequem an und bietet gleichzeitig Schutz. Das Profil der Sohle hat viele verschiedene Bereiche. Im Zehen- und Fersenbereich gibt es einige glattere Bereiche, wenn der Fuß beim Fahren über dem Boden streift. Das Hauptprofil, das wir an der Ferse und an der Oberseite sehen, ist robust und hat ein tiefes Profil. Dies sorgt für mehr Grip, wenn ihr abseits der Straße unterwegs seid. Der Mittelteil hat ein viel feineres Profil. Kurzum, die Sohle ist hart, stabil und bietet viel Grip. Wenn wir den Klettverschluss öffnen, können wir einen Blick auf den Innenschuh werfen. Wir sehen, dass das Innenfutter aus Silverion besteht. Dies ist ein antibakterielles und feuchtigkeit ableitendes Material, das den Stiefel hygienisch sauber hält. Wir sehen auch, dass sich der Innenstiefel für einen bequemen Einstieg gut öffnen lässt. Dazu trägt auch die rote Lasche auf der Rückseite bei. Der Revit Expedition GTX ist ein absoluter Gewinner, wenn wir über Adventure-Stiefel sprechen. Wir haben gesehen, dass der Stiefel mit hochwertigen Materialien wie Gore-Tex, Superfabric und einem coolen Boa-Fit-System hergestellt wird. Der Stiefel bietet hervorragenden Schutz für Schienbein, Knöchel, Ferse und Zehen. Diese Qualität hat zwar ihren Preis, aber dafür hat man auch etwas. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es sich um einen High-End Adventure-Stiefel mit erstklassigen Materialien und hervorragendem Schutz handelt. Möchtet ihr mehr Berichte wie diesen sehen, dann abonniert unseren Kanal. Das war's für diesen Test. Mein Name ist Joel und danke fürs Zuschauen.